Diese Mandolinenspieler sind aus den USA, Israel und mehreren europäischen Ländern ins polnische Gora Calvaria gekommen, um ein ganz besonderes Konzert zu geben. Es geht um die Wiederbelebung des legendären Gier-Mandolin-Orchesters, einer jüdischen Band, die in den 30er Jahren in den Vororten von Warschau spielte. Avna Jonaj, der Enkel von einem der Gründer der Band, lebt eigentlich in San Francisco. Meine Idee war es, mit einer modernen Gruppe das originale Repertoire des Orchesters zu spielen, in dem ein Großvater Mitglied war, als er noch in Gier lebte. Gier, das ist die jüdische Bezeichnung für die Stadt Gora Calvaria bei Warschau. Vor dem Zweiten Weltkrieg sind etwa die Hälfte der 6000 Einwohner Juden. 1941 bringen die deutschen Besatzer alle Juden ins Warschauer Ghetto. Von dort werden sie ins Konzentrationslager Treblinka deportiert. Vor dem Holocaust galt Gier als einer der wichtigsten Orte Polens für jüdische Kultur. Amerikanische Juden, die heute nach Polen kommen, besuchen doch nicht die Altstadt von Warschau. Sie gehen nach Gora Calvaria, nach Gier. Mit 95 Jahren ist Henrik Preiss einer von zwei Juden aus Gora Calvaria, die den Holocaust überlebt haben. Zu den Hochzeiten des Gier-Mandolin-Orchesters war er ein junger Mann. Es war Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Bands wie das Mandolin-Orchester waren sehr beliebt in der Regierung. 80 Jahre später. Elf Mandolinenspieler legen sich in der Synagoge von Gora Calvaria ins Zeug, um die Atmosphäre von damals wieder aufleben zu lassen. Weitere Konzerte in Europa sind geprägt. Doch Avna Jonay und die anderen finden, für ihre Musik gibt es keinen besseren Ort als Gier.